Herzlich willkommen und schön, dass du da bist zur Lesung Teil 2 aus dem Buch Atlantis steigt auf von Patricia Cori zu dem Thema Agatha, ein Land der Yin-Schwingung und Frequenz. Obwohl euer Blick auf potenzielle Existenzfelder des Lebens höchst oberflächlich ist, im wahrsten Sinne des Wortes, versichern wir euch, dass im gesamten Universum viele unterirdische Zivilisationen existieren, die aus Lebensformen jeder vorstellbaren Gestalt und Form bestehen. Und noch viel mehr von der unvorstellbaren Sorte. Auf vielen Planeten wie zum Beispiel Nibiru sind die Lebensbedingungen im Untergrund wesentlich angenehmer, weshalb es nur natürlich ist, dass sich dort Zivilisationen entwickelt haben, gut geschützt vor den oft rauen Bedingungen an der Planetenoberfläche. Im Fall Nibirus fehlt dem Planeten, seit er von Sirius hinaus in den kalten galaktischen Winter in die leere Weite zwischen den Sternensystemen geschleudert wurde, die Lebenskraft der solaren Energie. Es ist eine in astronomischer Hinsicht ganz besondere Situation. Die innere Chemie Nibirus muss daher über Jahrtausende durch kosmische Emanationen und alternative Energievorräte aufrechterhalten werden, die das Überleben des Planeten sichern, während er zwischen den beiden Sternensystemen hin und her wandert. Auf ihrer Reise müssen die Nibirier die Ressourcen und Energievorräte nutzen, die während eines Durchflugs durch das Sirius-System und das System eurer Sonne gesammelt und gespeichert werden. Das materielle Universum beherbergt unzählige Planeten, die für Leben an der Oberfläche ungeeignet sind. In deren Inneren es jedoch von komplexen Zivilisationen, die aus intelligentem Leben und einer großen Vielfalt biologischer Kreaturen und Formen bestehen, nur so wimmelt. Einige, wie die unterirdischen Gemeinschaften auf dem Mars und auf Nibiru, sind eine Art Umsiedlungsprojekt von Bevölkerungen, die gezwungen waren, ihre Oberflächenzivilisationen zu evakuieren und sich unter der Erde neu zu etablieren. Aus Gründen, die denen nicht unähnlich sind, die ihr auf der Oberfläche befürchtet, wie zum Beispiel verheerende Strahlung, die Zerstörung der Atmosphäre oder eine Kollision mit Meteoren und Asteroiden. Für die Nibiru ist ein Überleben an der Oberfläche nicht mehr möglich, wie wir bereits beschrieben haben. Übrig geblieben von ihrer Spezies ist eine im Niedergang befindliche Zivilisation in der nibirischen Unterwelt eine Untergrundkultur von Annunaki-Ingenieuren in den Laboren auf dem Mars und eine Anzahl von Menschenhybriden, die noch aus der Zeit stammen, als in Atlantis genetische Kreuzungen durchgeführt wurden. Jene Annunaki-Fürsten, von denen die Geheimregierung der Erde gelenkt wird, haben sich nie vollständig in die menschliche Zivilisation integriert. Sie halten sich abseits, sind aber gut getarnt durch ihr menschlich wirkendes Äußeres und ihre an die irdischen Bedingungen angepasste Lebensweise. Sie sind die bei weitem kaltherzigsten Kreaturen auf eurer Welt. Andere unterirdische Zivilisationen wie Agatha können durchaus als Parallelrealität mit einer Oberflächenzivilisation koexistieren und es ist häufig aber nicht immer so, dass diese beiden Welten nie miteinander interagieren. Das ist Allgemeinwissen unter den intelligenten Spezies im Universum, die miteinander kommunizieren, denn Handel und kultureller Austausch finden an unzähligen Orten überall in der Galaxis statt. Im Inneren, an der Oberfläche und im Orbit unzähliger Planeten. Ihr, die Bürgerinnen und Bürger Gaias, sind zwar derzeit außen vor, aber das wird sich bald ändern, ziemlich bald. In eurem verständlichen Bestreben, die Unermesslichkeit von alles, was ist, zu verstehen und euren Platz als menschliche Wesen im multidimensionalen Universum zu finden, solltet ihr bedenken, dass das Leben keine Grenzen hat. Das Bewusstsein kann nicht klassifiziert werden und eine beschränkte Anzahl von Kritikern und Kriterien erfüllen, denn der Designer, der Urschöpfer ist unendlich. Wir alle existieren in einem Kosmos, der vor dem Verlangen zu sein, zu leben, nur so strotzt. Wie der Grashalm drängt das Leben über alle Begrenzungen und Beschränkungen hinaus und greift für immer nach dem ewigen Licht. Was also die umstrittene Frage eines Lebens unter der Erde betrifft, macht euch klar, dass wir alle in einem Universum voller Möglichkeiten leben. Viel, viel mehr Möglichkeiten, als die Mächtigen euch Glauben machen wollen. Tief im Herzen wisst auch ihr, dass es keine Grenzen gibt. Es gibt unfassbar viele Möglichkeiten. Aus eurer Perspektive als Oberflächenbewohner werdet ihr schon bald erkennen, dass Leben überall im Überfluss vorhanden ist. Im Osten, Süden, Westen, Norden, über, auf und innerhalb der Erde. Betet zu den sieben Richtungen, feiert die Weite und Schönheit aller Räume, die es für euch noch zu erforschen gilt, all die potenziellen Welten, die darauf warten, von euch entdeckt zu werden. Und zieht zumindest die Möglichkeit in Betracht, dass der innere Körper Gaias genauso vital und lebendig ist, wie das Innere eines jeden Menschen. Die Suche der Menschheit nach unbekannten Ländern und Zivilisationen draußen in der Galaxis und innerhalb der Erde wird weitaus größere Schätze hervorbringen, als sie einst von den eifrigen Entdeckern mitgebracht wurden, die in den Sonnenuntergang segelten, um die Menschheit neu zu erfinden. Erinnert euch auch daran, dass noch vor wenigen Jahrhunderten die offizielle Lehrmeinung lautete, die Erde wäre eine Scheibe und man würde vom Rand der Welt in den großen Abgrund stürzen, wenn man es wagte, zu weit hinaus zu segeln. Daher erkennen wir eure Schwierigkeiten an, die Existenz unterirdischer Zivilisationen zu akzeptieren und euch Leben dort in der Tiefe vorzustellen. Wir verstehen, dass es in gewisser Weise sogar schwieriger zu akzeptieren ist, als die Existenz außerirdischen Lebens, denn ihr identifiziert euch sehr stark mit den Sternen. Dort befinden sich eure genetischen Wurzeln. Vielleicht liegt es daran, dass die Unterwelt eurem Bewusstsein so nah und doch so fern ist, aber das ändert sich gegenwärtig rasant, weil die Geheimregierung immer mehr in die Unterwelt vordringt. Die Schäden, die sie dabei anrichtet, erregen endlich eure Aufmerksamkeit. Egal, wie geschickt sie ihre Machenschaften zu verbergen versucht. Sie muss nur noch ein wenig tiefer graben, dann wird sie auf die Geheimnisse des Erdinneren stoßen. Es gibt dort eine Geschichte, die darauf wartet, erzählt zu werden. Wir schlagen euch vor, dass ihr die unterirdischen Aktivitäten eurer Regierungen mit großem Interesse erforscht. Unsere Hypothese bezüglich des unterirdischen Lebens zu aktiv akzeptieren, wird euch leichter fallen, wenn ihr euch gründlich mit den gut dokumentierten Beweisen für die Existenz unterirdischer Städte beschäftigt. Es genügt bereits, wenn ihr einmal eine öffentlich akzeptierte unterirdische Umgebung betretet, zum Beispiel den Untergrund von Montreal und euch dort umschaut. Ihr werdet erstaunt sein, wie ausgezeichnet ganze Gesellschaften unter der Oberfläche funktionieren können. Bedenkt, dass die Machtelite ihre Aktivitäten in der Unterwelt gerne vor euch verbergen möchte, genauso wie das, was sie im Weltraum tut. Doch für diejenigen von euch, die zumindest schon ein paar Nachforschungen angestellt haben, ist es längst kein Geheimnis mehr, dass in einer Reihe unterirdischer Städte zum Beispiel Geheimgesellschaften und Kontrollnetzwerke eingerichtet worden sind. Es gibt dort Trupps von Militärs, Medizinern, Laborwissenschaftlern, es gibt Köche, Techniker und Wäschereipersonal. Die Machtelite unterhält komplette unterirdische Infrastrukturen in ihren Dams. Es mag euch höchst seltsam vorkommen, dass eure Regierungen zwar kilometerlange Tunnel, Kraftwerke und Militärbasen im Untergrund bauen, sich aber immer noch weigern, zum ernsten Zustand eurer globalen Umwelt Stellung zu nehmen. Es ist, als bereiteten sie schon ihren Abschied von der Erdoberfläche vor. Von euch, der breiten Masse der Menschen, verschweigen jedoch, dass es bald an der Zeit sein könnte, zu gehen. Warum erfahrt ihr nichts über diese Aktivitäten unter der Erde? Außerdem, wem wird der Zugang zu den wachsenden unterirdischen Bauten gewährt? Und was treiben die Regierungen dort? Am bedeutsamsten ist, dass sich offenbar Geschichte wiederholt. Wieder wird eine Flucht in den Untergrund vorbereitet, während sich an der Oberfläche eine potenzielle Katastrophe anbahnt. Es ist das historische Muster nicht nur der menschlichen Spezies, sondern auch anderer bedrohter Zivilisationen in der Galaxis. Wir bitten euch, das Vordringen der Atlanta in den Untergrund als einen natürlichen und logischen Überlebensplan zu betrachten. Nicht unglaubwürdiger als das Wissen, dass unter euren Metropolen zahlreiche komplexe Forschungszentren, Krankenhäuser, luxuriöse Eigentumswohnungen und Anlagen für die Nahrungsmittelproduktion gebaut werden. Man installiert dort alle lebenserhaltenen Systeme, die notwendig sind, um tausende von Schlüsselfiguren der globalen Elite sicher und komfortabel unterbringen zu können. Für den Fall, dass eine weitere weltweite Katastrophe, etwa die endgültige Zerstörung der Erdatmosphäre, ein Überleben an der Oberfläche unmöglich macht. Ihr, die Oberflächenbewohner, werdet seit Jahrzehnten absichtlich darüber im Dunklen gelassen, seit der Entfesselung der Atombombe, als dem Bau großer unterirdischer Siedlungs- und Technologieanlagen, von den Regierungen oberste Priorität eingeräumt wurde. Sobald erste Bunker und Notfallbasen eingerichtet waren, schuf man weitaus komplexere Infrastrukturen, voll funktionsfähige Städte, von denen die meisten von euch immer noch glauben, sie würden nicht existieren. Dort gehen sie ihrem Geschäft nach, die Erde umzugestalten und zu regieren, eurer Kontrolle entzogen, während die übrige Menschheit abgelenkt über ihren Köpfen weiterhin vor sich hin wuselt. Wacht auf! Die weltweite Ausbeutung der unterirdischen Ökosysteme hat die Lebensräume der Unterwelt unaufhaltsam verändert. Und die bemerkenswerte Zivilisation von Agatha, viele Jahrtausende lang eine perfekte, autarke Biosphäre, ist nun in ihrer Existenz bedroht. Das aggressive, zerstörerische Vordringen der von den Anunnaki-gesteuerten Machtelite in die unerforschten Gebiete der Unterwelt ist ein wichtiger, höchst bedrohlicher Bestandteil der ökologischen Krise, die ihr an der Oberfläche erlebt. Denn ihr wisst, dass alles miteinander verbunden ist und alle Teile das Ganze beeinflussen. Es ist für euch lebenswichtig, dass ihr die Bedeutung dieser Einmischung in die unterirdische Welt versteht, ebenso wie die Hab-Eingriffe in der oberen Atmosphäre. Denn die unterirdischen Länder sind nicht weniger Gaia als die Bäume und Flüsse eurer kostbaren Oberflächenlandschaft. Wenn ihr das Schicksal der Ureinwohner, etwa der indigenen Völker Amerikas oder der australischen Aburenichis, betrachtet, werdet ihr verstehen, wie die Plage der modernen Zivilisationen invasiv ganze Umgebungen und Arten zerstört, die früher in ihren isolierten, unverseuchten Ökosystemen gediehen. So verhält es sich auch mit der Infiltration der Unterwelt, während die Eindringlinge immer tiefer in diese unerforschten Gebiete vordringen und mit gewaltigen Bohrmaschinen, die sich 100 Stundenkilometer schnell fortbewegen können und Sprengungen, die natürlichen Umweltlandschaften vernichten, wird das Leben dort ausgelöscht, verbrannt von der giftigen Invasion seiner heiligen Räume. Übersehen wir auch nicht die Folge der monströsen unterirdischen Experimente des Geheimstaates. Genetisch veränderte Lebensformen, die an die Oberfläche und Kommen sind. Und die Chupacabras sind dafür nur ein Beispiel? Oder die Killerviren, die in den unterirdischen Laboren erschaffen werden. Auch das sind Realitäten eurer heutigen Zeit, so wie damals in Atlantis. Als die Anunnaki gehorsame Wissenschaftler der letzten Generation in den Anwendungsmöglichkeiten der Gentechnik schulten. Und die Techniker von Hekatl, dem atlantischen Hauptquartier aller unterirdischen biologischen und genetisch-gentechnischen Forschungen, seltsame neue Spezies schufen. Um die spezifischen Bedürfnisse ihrer Meister zu befriedigen. Vieles wurde damals zurückgelassen und nahm einen unnatürlichen Platz im Evolutionsprozess der unterirdischen Welt ein. Und noch viel mehr wird jetzt erschaffen, verborgen vor den Augen derer, die zweifellos einen Weg finden würden, das alles zu beenden. Wenn sie nur wüssten, welch absoluter Wahnsinn in den Kesseln der Genetiker zusammengebaut wird. Dass alles voneinander abhängt, könnt ihr erahnen, wie sich die Zerstörung der Unterwelt auf die Ökologie der Oberfläche auswirken wird. Deshalb glauben wir, dass es extrem wichtig für euch ist, zu erkennen, wie die Welt der inneren Erde die äußere Realität verändert und wie das Ungleichgewicht, das auf dem Planeten entsteht, euer Leben beeinflusst. Wie zu keiner anderen Zeit in der menschlichen und planetaren Geschichte erfordert Gaia jetzt eure absolute Aufmerksamkeit. Sie ruft, zittert und stürmt überall. Sie schreit, um gehört zu werden. Deshalb ist es an der Zeit, dass ihr euch eurer Welt bewusst werdet, indem ihr endlich die Augen aufmacht und seht, was tatsächlich um euch herum geschieht. Bittet eure geistigen Führer, euch nur das zu zeigen, was eurer höheren Bestimmung dient. Dann wird euer inneres Auge Einblicke in die relevanten Aspekte erhalten, die außerhalb des normalerweise für euch sichtbaren Bereichs liegen. Das ist notwendig, weil ihr vollbewusste multidimensionale Wesen werden wollt. Wenn ihr euch von der blind machenden Furcht befreit, die euch dazu brachte, niemals in die dunklen Räume zu schauen, eine Furcht, die euch einprogrammiert wurde, werdet ihr viel klarer sehen. Bedenkt auch, dass ein Großteil eurer Konditionierung bezüglich dessen, was tief unter euren Füßen liegt, das Produkt religiöser Indoktrination ist. Denn dort unten, so wurde behauptet, liegt angeblich die Hölle, das Inferno der Verdammten. Es ist da ein Wunder, dass ihr euch die Unterwelt als dunkel und furchterregend vorstellt. Ist es da ein Wunder? Das hat man euch regelrecht ins Bewusstsein eingebrannt. Eine unheimliche, feurige Hölle, ein brodelnder Kessel, in dem das Böse regiert. Doch wenn ihr solche verängstigten Vorstellungen einmal hinter euch lasst, werdet ihr erkennen, welch große Kraft darin liegt, die vermeintliche Finsternis dem Licht eures brillanten, forschenden Verstandes auszusetzen. Ihr werdet sehen, was nicht länger verborgen bleiben kann. Denn dort unten werdet ihr das Wissen ausgraben, das ihr benötigt, um eure wahre Mission als Lichtarbeiter des neuen Morgens zu erfüllen. Wir versichern euch, dass es in den Höhlen, Grotten, unterirdischen Flüssen und Seen von Mutter Erde eine Pracht gibt, die eure kühnsten Träume übersteigt. Genauso wie es dort Gefahren und polare Kräfte gibt, von denen jene dynamische, schöpferische Spannung erzeugt wird, die ihr in der Oberflächenwelt nur zu gut kennt. Diejenigen von euch, die das Land Agatha in der Meditation und mithilfe von Ritualen bereist haben, wissen um seine Schönheit. Denn ihr habt die Pracht bestaunt und die Schwingung gespürt. Vielen herzlichen Dank. Sei gesegnet. In Liebe, in Freude und in Frieden. Deine Daniel Sie beantrechern dieesta Reden. .